Weil es bestimmt interessant ist, zu wissen, was der erste Porno war, den man so gesehen hat. Wie konnte ich nochmal die Lebensanzeige wegmachen? Indem du uns sterben lässt. Ja. V. V war's. Fahrradrick. Ich bin außer Reichweite. Was? Danke, Fabi. Ich hab übrigens den Stream angemacht jetzt. Ja, das hab ich schon gemacht. Ich hab ein bisschen umgeskillt, damit Yorde nicht mehr so viel meckern ist, wenn er, äh, wenn er, naja, wenn ich tanke. Ist aber langweilig dann. Ich muss näher ran. Weil irgendwann war so der Knick drin bei den Levels, dass irgendwie die Gegner stark wurden. Stärker. Besser. Klüger. Weiter. Fetter. Du hast die andere Seite gepullt? Das war ich nicht. Nein, Atrus hat den gepullt. Das Schattendämon-Ding ist da hingesprungen und wieder zurück. Ja, das... Warst du das? Nein, das Schatten... Das ist kein Schattendämon. Das ist der andere... Hier. Dämonenjäger. Achso, okay, dann war er das. Ach, jetzt hat er gepinkelt, der Kleine. Da kommt noch eine Schildkröte. Das ist zu weit entfernt. Das klappt hier schon tausendmal bisher. Das ist schon ein Grand-Frey-Onger. Oh, warum ist denn jetzt so wild? Lass ihn doch einfach. Ich muss gleich nach dem Boss mal einen ganz, ganz kurzen Blick. Warte, 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 warte. Ja, ja, immer mit der Ruhe. Und, äh, du kannst ruhig die ganzen Mobs hier killen, weil ich muss irgendein Wasser sammeln. Du kannst. Ach, er macht mich fertig. Ohne Scheiße, das macht der... Links oder rechts? Äh, ich geh links. Er hat nur gewartet. Er hat echt nur gewartet, dass ich Stream anmache und alles. Er ist fangeil. Und er wackelt jetzt an der... Ey. Was ist denn los? Was hast du denn dem gegeben? Oh, da fällt mir Geschichte ein. Ein Kollege von mir, also er war echt ein übelster Junkie, der hat eine Katze gehabt. Hat er einmal... So ein Drogenpaket zu Hause rumliegen lassen. Dann kam seine Katze, der hat alles aufgegessen. Dann hat er jetzt hier durchs Zimmer gerannt, ey. Alter. Die konntest du drei Tage lang nicht anzupassen, ey. Die ist durch gewesen. Der macht mich echt fällig. Das ist ein Zeichen, das was ich mache. Das wäre ein Zeichen, wenn er mit dem Schwanz fädelt, dass er auf mich mag. Oder so. Ja, der bin ich. Ich hab doch... Okay. Weiter, da. Wo ich sagte, gerade mit dem Schwanz redeln. Oh, er kennt es nicht. Versteht ihr das? Das ist nur traurig. Oh, fuck, warum kriegt er so viel Schaden? Weiter, Sam. Vor allem, wer war vorhin draußen, hat eine riesen Wurst erst mal gelegt. Und es ging jetzt den ganzen Tag gut, ey. Es ist nie was passiert. Und jetzt dreht er am Rad. So, warte, eine Sekunde. Also, beziehungsweise, 30 wäre ich so brauchen. Und wieder bessere Schuhe bekommen, sehr gut. Das war Kunst, der Schuhe bekommst. Ja. Hm? Warum sind wir noch eine Stunde auf der Wiese? Damit du kacken kannst, ne? Und du hast ja auch gemacht. Dann kommst du hier hin. Oh, jemand hat die Gruppe verlassen. Runter, ab, runter, 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 runter. Und Pascal ist auf, Karl. Und quedar baskert die Gruppe Medico. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. 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 Ich kann mal eben kurz her, ne? Good night. Ja, du knallschieden. Bist du da? Ja. Einer hat gelieft und unser Dings. Haben wir jetzt zwei Priester? Ach du Kacke, der eine Priester hat kurz was zu trinken holen. Wieso befinden wir uns schon wieder? Ja, irgendwie kommt keiner. Das ist ein bisschen voll. Ach so. Mach mal einen Bereitschaften-Check. Moment, wie mach ich denn überhaupt nochmal? Weiter, Sah. Äh. Weiter. Was ist denn los mit dir jetzt? So, wir sind alle da, Pascal. Gut, los. Oder, warte. Da, Alter. Sorry, Mopscam geht grad nicht. Der Mops versucht gerade nämlich die Kamera zu fressen. Haben wir gerade zwei Schatten, Priester? Ja, anscheinend. Alter. Die Schatten sind da. Keine Ahnung, warum du nie Zeit hast, wenn ich P.A.T. streame. Weiter, Sah. Der soll aufhören, das Isolationsmaterial zu fressen von der Wand. Ey, was ist mit dem los? Als wenn der irgendwie die totale abdreht jetzt. Der hat echt gewartet, ey. Das gibt's nicht. Der hat wirklich seine dollen 5 Minuten gerade. Obwohl, vorhin war der auch mal kurz am durchdrehen. Nachdem ich duschen war, da hat er mir in die Nase gebissen. Wie kannst du dich doch waschen? Gehen wir gar nicht. Ich glaube, er hat mich nicht mehr erkannt. Ich bin aus der Reichweite. Du hattest einen anderen Geruch. Ne, der hat mit mir gekäbbelt. Ich brauche ein Ziel. Du wirst wegen der DLC ein höheres Level bekommen, Lux. Also, beziehungsweise wegen dem Akt. Wenn du das WoW kaufst, das Akt edit-on, ist dann eine Aufstufung von Level 100 drin. Nur die digital-Version. Nur bei der digital-Version, ja. Ja, da vorne ist ein Mopping-Tötenlister. Ja, schön. Ist auch ein Stern dran. Ja. Das ist zu weit entfernt. Ich glaube, er hatte jetzt einfach keinen Bock in dem Ding drin zu hocken. Ich bin aus der Reichweite. Ja. Wer Grafik über alles stellt, der wird halt viel Spaß verpassen in der Welt. Upsala, ich habe die Schnecke angegriffen. Aber sie hat hier nichts getan. Sie hat hier rumgeschleimt. Hast du gesehen, wie die geplatzt ist? Äh, ja. Ich habe ein Leck. Okay, ich bin wieder da. Nein, du fängst mit Level 100 an in der Situation. Also, beziehungsweise, du kannst einen Charakter auf Level 100 direkt hochstufen. Mit so einer Art Münze. Die ist dabei bei der digitalen, wenn du das Add-on digital gekauft hast. Alter, was ist das für ein Wind? Ich komme nicht ran. Ich muss näher ran. Was war das denn für ein Wind? Winde, die meinem Arsch entwiesen. Heil dich mal bitte. Ich kann dich nicht heilen. Und wer ist schuld? Keine Ahnung. Hendrix. Hendrix, richtig. Wer hat mir erst mal 110 gemacht, wie weiß du es? Ja, das kann man auch nie unterbrechen, ey. Was macht der die ganze Zeit hier? Nein! Sag jetzt nicht, du hast freigelassen. Ich habe abgelehnt. Noch schlimmer. Kriegt ihr den down? Wenn ich all out gehe? Toll. Das hat er sich draußen hingelegt zum Pennen. Ich kriege die Krise. Na okay, immerhin schläft er jetzt. Easy. Tja, Heal erst wieder, äh, ich meine, Wiedergebot erst wieder in 10 Minuten. Na ja, passt ja. War ja Hendrix schuld, das ist ja okay. Ich habe von irgendwas aggro. Lol. Von mir? Da vorne, die. Wo kommt die denn her? Siehst du, du hast irgendwas gezogen. Ich bin bewegungsunfähig, Alter. Die Schattenküßer irgendwie machen auch kein Damage. Irgendwas mit, äh, ob er es auch benutzen würde, Fragezeichen, und ich weiß nicht, worum es geht im Chat. Ja, ist doch egal. Ach so, eine Welpentoilette. Übrigens kann ich keine Sachen anklicken zum Looten. Okay. halt mit dem Rowson. Ich kümmere mich um diese Person. so weit entfernt an land wasser ich hab agro land oh das gibt's doch nicht was war das denn ich muss näher ran gehen Eisblock um wasser ein Sturm braucht sich zu sein benutzen anregen das wasser steigt rapheilo agro ist das wieder ok land kann nicht mehr auf findest du dass der TS der leise ist was im stream was ist damit ich kann mich nicht mehr bewegen oh yes ich freue mich nachher schon auf starcraft 2 geh weg du hast es versprochen habe ich überhaupt nicht gestern hast du es versprochen hast gesagt morgen spielen wir starcraft 2 heute ist morgen heute ist morgen oh kluger junge denn heute ist das morgen von gestern entschuldigung der war echt sehr leise wer der TS weil ich hatte noch wegen vorhin im video euch ziemlich weit runter gestuft von der lautstärke ja gut dann lass mal jetzt weitermachen hier rett mal ein bisschen wer du du sollst meinen mount benutzen ich benutze deinen mount eigentlich ganz schön kleines mount muss ich sagen lol lol was ist ah ok ok ich bin außer Reichweite ich bin außer Reichweite na abend baratour du bist leider eine sekunde zu spät hallo baratour Sonst hätten wir dich auch noch mitgenommen. Ja, ihr könnt ja nächste Runde. Das ist zu weit entfernt. Ich sehe schon, wenn ich in die Instanz rein muss wegen irgendwelchen Quests, dann heißt das Oh ne, da waren wir schon so oft drin. Hä, ich komme jedes Mal mit? Ich natürlich auch. Wir werden sehen, wir werden sehen. Hey, ist die passelose Artefakt? Ach so, wie greift denn jetzt den Vogel an, Alter? Die Möwe hat mich angegriffen plötzlich. Nein, die ist neutral. Ja, aber die hat mich angegriffen, als ich raus wollte aus dem Wasser. Oh, ich kann sie looten. Natürlich, hat auch Loot. Ich bin außer Reichweite. Versuch mal nicht beide zu... Ich hab da nur einen gepullt. Ja, ich hab doch gesagt, naja, egal. Oh, ich liebe den Droiden, ey. Ja, genau. Ich krieg den Blitz ab, Alter. Fick dich. Du musst ausweichen. Ich brauche ein Ziel. Ich weiß, es kam das Update 15 bei Rimworld aus. Als wenn ich sowas nicht mitkriegen würde. Ach echt? Ich krieg so viele Workshop-Kacke, ich krieg das gar nicht mit. Ich hab auch einen... Äh, falls du noch nicht weißt, ich hab auch einen Mobs jetzt. Okay, das hab ich schon mitgekriegt. Ich brauche ein Ziel. Oh Gott, jedes Mal, wenn ich aufsetze, kann ich mounten, ey. Ich mach mal einen Relog. Lass mal die kleinen Ätzler bitte noch machen. Ey, ich kann nichts looten. Das ist egal, du kriegst es nachher per Post eh zugeschickt dann. Na toll. Soll ich ihn einfach Relogen kurz? Ja, dann mach... Ja. Hallo? Hallo? War mit dieser Stunde kein Passwort. Wie hier zum Beispiel jetzt? Weiß ich geil dir. Danke. Ich fass es nicht, ey. Der Hund ist zu geil, einfach. Läuft, wieso wird... Achso, sie ist nicht eingeloggt. Äh, er ist nicht eingeloggt. Er kackt sein Gehege voll, pisst nochmal auf... Also auf die Unterlage wenigstens. Aber ich weiß nicht, warum der dann immer mal in die Ecke kackt. Anstatt, dass der auch auf eine Unterlage kackt. Henrix hat dich übrigens bespuckt und ausgelacht. Ja, ja, stimmt. Mach, kannst du die kleinen Edds dort noch töten? Ich werde noch einige kleine Edds töten, bevor wir den pullen. Ich bin außer Reichweite. So, jetzt mal wieder in den Takt kommen. Ist ja nicht schlimm. Die machen eh kein Damage. Jedenfalls nicht auf, ähm, mehrere Targets. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Komm, kleines Vieh. Sowas würde ich gerne reiten, ey. Aber in der Größe. Dann hängst du auf einen der Köpfe rum noch. Boah, das wäre mal eine geile Nummer. Ja. Ich schreib mal Blizzard, ob das okay wäre, wenn die mir sowas machen würden. Exklusiv für meinen Kanal. Ja, nur du hast Zugriff drauf, ne? Äh, natürlich. Ich muss näher ran. Dafür bin ich kein, äh, hier. Nachtelf-Irokese. Naja. Aber ich bin ein, äh, Troll-Irokese. Uncool. Kein Maya? Äh, ich finde, dass die im Weltraum ruhig so viele Drogen nehmen können, wie sie wollen. Aber ich hoffe, der Entwickler hat dran gedacht, dass auch Drogen negative Effekte haben können auf, äh, Bewohner. Und nicht nur positive. Das ist zu weit entfernt. Ja. 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 Ich habe kein Ziel. So. Jetzt können wir angreifen. Warte, warte. Erstmal Mana. Ich warte doch auf die Mana. Oh nein, ich warte doch. Boah, jetzt. Jetzt hat der blöde Wind mich unterbrochen, aber ich hab eh 100%. Warte, bis ich da bin. Du bist doch da. Ja. 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 Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Gibt's nicht. Das ist zu weit entfernt. Ja. Spuck mich voll. Voll in die Fresse. Voll in die Fresse. Alter. Ach, scheiße. Ich muss mal mein Interface anpassen, endlich so ein Net-On installieren. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Wow, das war knapp. Ach was. Easy going. Hätten wir noch eine Minute durchgehalten. Was? Du hast mich gemutet? Was? Wer? Nichts. Ich würde verstehen, wer was da verstehen will. Ich hab dich gemutet. Nicht so wie sonst. Nein, ich meinte Henrik. Nein, aber ich hab gesagt, das hätten wir noch eine Minute durchgehalten. Äh, wo lang? Durch die Höhle. So wie immer. Folgt dem Tank. Ja, wir sind jetzt zum ersten Mal hier. Ich wollte hier niemanden anstupsen. Und deshalb? Aber ich bin ich moven lassen. Hä, und warum? Krass, wie? Weil ich jetzt auch Bird of Warcraft spiele. Dein Stuhl knarrt. Ja, ich weiß. Ich muss mal die Empfindlichkeit von meinem Mikro wieder runterdrehen. Soll ich dir mal ein Bild in die Gruppe posten? Nee, lieber nicht. Weg den mal. Weg den mal. Wo kommt der plötzlich her? Das sind einfach zu viele. Ja, warum pullst du sie auch? Ich hab die überhaupt nicht gepullt. Der Schattenmagier, oder der Schattentyp, da hat das gepullt. Erzähl dir mal, ich würde irgendwas pullen. Ich hab gar keine Möglichkeit auf Distanz was zu pullen. Großartig. Das ist zu weit entfernt. Ich versuch jetzt alles, um die Gruppe hochzubekommen. Ich hab nur Spott auf Distanz und das Gliefenzeug hier zum Werfen. Die Gliebe. Aber das benutze ich nie. Die Liebe. Ja, die Liebe hab ich auch noch. Die Liebe einer Frau. Ich hab immer mal die ganze Zeit Angst, dass mein S7 explodiert, oder? Ja, das ist nicht. Das Ding ist so scheiße heiß. Kannst du die Faktage? Ja, die haben ja schon Rückruf auf der Aktion gestartet. Für was? Ja, ich geh bis zurück. S7. Nachdemanns für das Galaxy Note. Ja, und das ist ein 7 auch. Wo der Akku explodiert ist, oder was? Das ist ja nur 5,3 explodiert von 2 Millionen. Ja, aber es darf ja eigentlich kein einziges explodieren. Steht wohl. Ich find das ist ein ganz guter Schnitt. 50 zu 1. Ich bin betäubt. Ich auch. Wir sind alle betäubt. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Du und ich. Ich und du. Und ich kacke dir in Schuhe. Oh Leute, hört doch mal auf mit dem Scheiß, ey. Du könnt. Jetzt träumt der auch noch schlecht. Ich hab vielleicht vorhin ein bisschen die Kontenanz verloren beim Rund, aber... Ignorier den doch einfach. Richtig. Kack ruhig weiter. Kack so lange, bis du eine Treppe hast, mit der du aus dem Gehege ausbrechen kannst. Ich glaub, da ist auch sein Plan. Deshalb kackt der auch hinter seinen, äh, hinter seinen, äh, wie heißt das? Abstand reinhalten. Damit du es nicht siehst, oder was? Richtig. Da sammelt der erstmal das Baumaterial für die Treppe. Und nachts, wenn ich schlafe, bebaut er sich dann den Ausstieg. Und dann frisst der mich im Schlaf. Die Erde erzittert vor der kommenden Szenen. Wie lange könnt ihr wohl den Atem anhalten? Frisst dich durch den kleinen Körper durch. Richtig. Der Ozean wird ein Gericht blüht. Und dann kommt er aus meinem Brustkorb wieder raus. Die Erde erzittert vor der kommenden Szenen. Wer zum Mittagessen hatte, hatte ich jetzt auch zum Mittagessen. Jetzt bin ich fertig. Also wenn wir Hero-Ingis gehen, äh, dann bitte nur noch vom separaten Channel her. Ja. Ja, Hero-Ingis ist auch was ganz anderes. Ja, Hero-Ingis ist auch was ganz anderes. Das ist ja entspannt, einfach so gehen. Hm, vielleicht kackt er deshalb in sein Gegenüber, weil er Aufmerksamkeit will. Das ist ja eine Möglichkeit. Das war die Instance, oder? Nein. Ja, jetzt kommt noch eine. Ey, Joder, was ist los mit dir? Ja, ich kenn mich doch hier nicht aus. Junge, wir waren ja bestimmt schon dreimal allein wir zusammen. Ja, die sehen alle für mich gleich aus. Die Instanzen, die alle ein anderes Setting haben. Ach, nee, der Scheiß. Jetzt weiß ich's wieder. Das war doch kein Scheiß. Noch nix pullen, bitte. Ich will Mana trinken. So, du darfst. Ich muss jetzt erst die Ads töten. Bzw. können wir geil dabei helfen. Naja, schaffst du schon. Okay. Ich habe kein Ziel. Nein, das Ritual ist nicht abgeschlossen. Wind, vorsichtig. Wo sind denn alle? Die Schattenpriester stehen hinten. Was sollen sie denn da vorne? Tanken. Freu mich, Welle. Der Hund kriegt bestimmt keine Magencreme von mir. Da hört er einfach viel zu viel Spaß hier. Aber ich glaube, das ist das Problem. Ich habe heute ein bisschen viel mit ihm gecabbelt. War ich cabbeln? War ich zum ersten Mal? Was habt ihr heute gesagt? Iiiiih, Pascal. Naja, cabbeln, man. Rum machen. Bielen. Spielen, richtig. Ich habe erst gedacht, ihr habt gesagt, ficken. Ja, schön. Naja, du sollst nachts überhaupt nicht zu ihm hingehen. Ob der jetzt gerade ruhig ist, oder ob der gerade am, am jammern ist. Fleck. Er soll ja auch das üben, über Nacht zum Beispiel nicht rausgehen zu müssen. Weil er merkt das ja selbst, nach ein paar Nächten, dass das nichts bringt, wenn er nachts rumlimmelt. Achso, wenn ich nachts, ja, wenn er, wenn er mich nachts isst, tut ihm das bestimmt nicht gut. Vor allem tut ihm das auch nicht gut, weil irgendwann bin ich auch mal alle. Ja, 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 ja. Ja, hier ist natürlich beides, Alter. Also jetzt geratet mir ein bisschen viele von den komischen Dingern. Schon. Ich kann leider nichts machen, hält dich mal. Ich kann mich gerade nicht großartig heilen. Ich habe mal Schaden reduziert. Cool, ich habe jetzt die Nachricht gekriegt, dass es geht. Ich bin tot. Ein Prozent haben wir noch. Ich habe überlebt. Ich habe überlebt, ich habe halb. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Stimmt doch gar nicht. Nee, Yonan. Jetzt gehen wir einfach, ohne die zu retten. Ach nee, ich habe sie verwechselt. Machst du gerne, oder? Ähm, morgens. Also gestern Nacht hat er zum Beispiel gar nicht in sein Gehege gemacht, in seinen Auslauf. Oh, was habe ich denn da bekommen? Ich dachte auch, wir hätten das jetzt ein bisschen besser unter Kontrolle. Weil er sich heute echt gut angestellt hat. Und dann plötzlich geht er hier ab wie ein Zäpfchen, springt rum, will aus dem Gehege raushüpfen. Cool. Kackt hinten in die Ecke rein. Ich bin mal kurz in meiner Ordenshalle. Ich bin mal kurz in meiner Ordenshalle. dann hat er sich dann. Bu Gambier, und ich bin mal kurz in der Frau. sowie sch quasi 여� fonten. Ich bin mal kurz in dem Mann.